Wir haben hier in einem ganz besonderen Standort am Rande des Nationalparks Neusüdler-See-Winkel einen einzigartigen Betrieb, die einzigartige St. Martins-Thirm & Lodge entwickelt. St. Martins steht für die erste Lodge Mitteleuropas. Als Ressort der Region ist uns natürlich besonders die Gastgeberrolle der Mitarbeiter aus der Region sehr, sehr wichtig. Die St. Martins-Therme ist für mich ein sehr sicherer, stabiler Arbeitgeber, der sehr familiär geführt wird. Und es ist natürlich naheliegend, dass man sich die besten Häuser in der Region, wo man arbeitet, dann halt natürlich heraussucht. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen, deswegen bin ich in der Gastarmee. Das macht mir Spaß. Der erste Eindruck war schon so positiv, dass ich mir gesagt habe, bei Vorstellungsgesprächen, dass ich hier arbeite will. Alles in unserem Tun und Handeln dreht sich um den Gast. Der Gast kommt bei uns immer zuerst. Und sich sozusagen hinter den Kulissen auch so zu organisieren, dass wir optimal für unsere Gäste da sind, das ist das, was uns alle begleitet. Mehrheitlich, und das schätzen unsere Mitarbeiter, kommt von unseren Gästen sehr, sehr viel zurück. Und das ist das, was uns tagtäglich Spaß macht. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung in unserer Arbeit. Ich arbeite schon mein ganzes Leben lang nur mit Menschen. Und das macht mir Spaß. Dass jeder Tag einfach ein neuer Tag ist. Es wiederholt sich nichts. Und einfach Gästen und Menschen mit Kochen und Essen eine Freude zu machen. Ein großer Betrieb, der bietet einfach die Möglichkeit, dass hier das Arbeiten vielfältig möglich ist. Wir haben allein in der Gastronomie verschiedene Restaurants und Outlets. Im Haus heißt das auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber wir sind ja auch Teil der Farm at Vatality World, Teil eines Kozerns, wo es auch Karrierechancen national und auch international gibt. Wir arbeiten mit allen Abteilungen im Haus zusammen. Wir hängen von Housekeeping, von Marketing, von allen Abteilungen wirklich ab. Und wir halten einfach zusammen. Und wenn St. Martins wirklich einen tollen Urlaub leisten kann, da bin ich wirklich froh, dass ich ein kleines Stück davon bin. Herausfordernde Tage gibt es bei uns natürlich auch. Aber wenn wir alle zusammenhalten, dann geht das. Was der Gesetzgeber nicht vorschreibt, aber was wir natürlich machen, dass wir uns bemühen, dass die Freizeitgestaltung so gut es geht berücksichtigt wird. Oder Freizeitplanung, das heißt, wenn Mitarbeiter freie Tage wünschen, so gut es geht, wird darauf Rücksicht genommen. Urlaubsplanung, so gut es geht, wird berücksichtigt. Aber natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten, weil es dreht sich, wie erwähnt, alles um unseren Gast. Und wir müssen für den Gast da sein. Weil man weiß, wenn man in der Tourismusbranche ist, gehört das dazu. Wenn man am Wochenende etwas vorhat, ist es auch kein Problem. Dann kriegt man natürlich frei. Also von dem her ist es super. Der Lehrling und das Führungsteam von St. Martins müssen gemeinsam entscheiden, ob sie zueinander passen, ob man diese drei Jahre gemeinsam gehen möchte. Wenn wir hier deutlich mehr als 20 Lehrlinge im Team haben, würde es mich sehr, sehr freuen. Die Arbeit mit Lehrlingen ist eine grundsätzlich sehr, sehr schöne. Macht uns auch viel Spaß. Wir haben immerhin doch jetzt in den vergangenen Jahren in Summe über 50 Lehrlinge hier ausgebildet. Also als Ausbildungsplatz ist es wunderbar, weil man sich eben jeden Bereich anschauen kann. Weil man alles, was man in Zukunft machen will, sich als Lehrling schon anschauen kann. Und sich dann erst entscheiden, wohin man sich weiterbilden will. Ich habe hier gelernt, selbstständig zu arbeiten. Und das habe ich auch in meinem Privatleben mitgenommen. Ich habe mich für das entschieden, weil mein Vater damals Koch war, mein Onkel Koch ist und der Wirtschaft hat und weil es mir Spaß macht. Mir gefällt am besten der Saucie. Mit Fleisch arbeiten ist das Beste. Ich glaube, wenn man für diese HGA-Lehrerinteresse hat, dann ist es nichts schwer zu schaffen. Die Lehrern sind alle wirklich sehr nett und lustig. Es ist gar nicht so schwer, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir bieten tolle Karrieremöglichkeiten und eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre. Wenn Sie Begeisterung für Qualität mitbringen, Leidenschaft für Menschen haben und erstklassiges Service bieten möchten, sind wir der richtige Arbeitgeber für Sie. Arbeiten, wo andere Urlaub machen, ist sehr reizvoll und macht wirklich Spaß.